Hallo und herzlich willkommen und vielen Dank fürs Einschalten und Zuschalten bei der Agenda, Agenda, Satan und die Musikindustrie Nr. 52. Tja, das ist ja ein Ding. Wir sind letztens beendet mit Earth, Wind and Fire, also Erde, Wind und Feuer mit der Conclusio sozusagen, dass der Bandleader Morris dann doch lieber die Leute nach Ägypten einführt oder nach Ägypten dann verführt sozusagen, als die Menschen halt in die Welt und in das Licht von Jesus Christus zu führen, was uns aber dann schon vorher bei den Plattencovern irgendwo klar war. Und da ich damals gesagt habe, dass es eben dieser Boogeyman ist, die ansonsten macht der Hinweis mit Midnight wenig Sinn in dem Songtext, ist es halt auch irgendwie klar, und das ist mir letztens leider durchgegangen, den Endpunkt zu setzen da und zu sagen, okay, Boogey Wonderland, was ist denn jetzt das Boogey Wonderland? Tja, das ist eben, tja, das, wo der Boogeyman haust und das ist eben die Unterwelt oder von mir aus auch die Hölle. Und so passiert das schon mal im Eifer des Gefechtes, dass wir irgendwelche Dinge vergessen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn ich immer jemanden dabei habe. Hier in der Gender Agenda, Satan und die Musikindustrie, die 52. mit dem Format im Rahmen des Programms Jockler 66 und Jocklers Wars on Dis Info. Mit zu mir zugeschaltet ist jetzt hier der Jörg, der mich als Co-Moderator und als Videoproduzent begleitet. Hallo Jörg. Ja, hallo Michael. Du hast gerade zu den Leuten draußen gesagt, die uns zuschauen, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschalten. Und ich füge da hinzu, vielen Dank fürs Umschalten aus dem Indoktrinationsprogramm auf die Stunde der Wahrheit. Das Umschalten auf ein Programm, das euch nichts anderes als die Wahrheit erzählt. Und zwar so weit, wie wir es entweder an der Bibel messen können oder so weit, wie wir es euch beweisen können aufgrund von Dokumenten, dass die Dinge wirklich so sind. Ein ganz wichtiger Punkt, den Michael damals in der KISS-Sendung mit angeführt hat, war ja, überall erzählen sie euch, KISS steht für Knights of Satan's Service oder in Satan's Service. Da findet man aber keine Dokumente von, die das wirklich bestätigen. Und dann hat er eben sehr tief gegraben und hat uns viele andere interessante Dinge über die Masken erzählt und über den Dämon Gene Simmons und so weiter und so weiter und so weiter. Und das waren Dinge, die wir haben beweisen können anhand von Dokumenten und anhand von der Bibel. Und genau da steht unsere Sendung für. Alles messen an der Bibel, alles messen an der einen Wahrheit, die da ist. Und alles andere, was nicht Wahrheit ist, ist Dunkelheit, ist Lüge, ist schwarz und wollen wir nichts mit zu tun haben. Und dass auch ihr wisst, was die Wahrheit ist, dafür müsst ihr eure Bibel studieren. Maranatha und das war's. Nein, nein. Wir fangen erst an. Und deswegen gebe ich Michael jetzt gerne das Wort, um anzufangen mit der Sendung heute. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, weil ich habe genau wie sonst auch überhaupt keine Ahnung. Ich habe das Papier noch nicht gesehen, das er gemacht hat. Also ich habe es gesehen, ich habe es auf dem Computer, aber ich habe da noch nicht reingeschaut. Ich habe nur die erste Seite gerade eben ansehen können. Und ich weiß das Thema, um das es geht. Da bin ich auch, glaube ich, nicht ganz unschuldig, dass Michael sich mit dem Thema überhaupt jetzt beschäftigt hat. Mehr Kulpa dafür, Michael. Aber desto gespannter bin ich jetzt, wie es losgeht. Ja, wie in der letzten Sendung schon angekündigt, ist es so, dass wir jetzt mit der Protagonistin Kate Bush anfangen. Und zwar, weil der Jörg mich dazu mal gefragt hat und weil es da mal eine Anfrage im Chat gab oder in Kommentarsektion mal gab. Und da ich mich nicht immer dessen verweigern will, auch mal etwas ausgetrampelte Pfade vielleicht mal zu betreten und mal etwas abseits des Mainstreams zu forschen, habe ich gesagt, na gut, mache ich mal Kate Bush. Und ja, da kam dann so einiges zum Vorschein. Und eigentlich ist die Dame unermesslich ergiebig. Das ist echt so was von Wahnsinn. Ich hoffe, wir kommen sechs Sendungen aus. Ich muss ganz ehrlich dazu gestehen, ich habe die Frau immer so ein bisschen hysterisch empfunden und ich glaube, bin ich der Einzige da, der da so gedacht hat. Und ich kenne von ihr jetzt auch nicht so viele Lieder. Aber wir haben jetzt hier eine ganze Menge am Start mit Kate Bush. Wo fangen wir denn an? Na, ich habe mir mal gedacht, ich warne euch mal am Anfang, weil diese Sendung wird jetzt nicht mehr so ganz so harmlos und lustig und bunt wie die von Earth, Wind & Fire. Ich habe ja schon mal gesagt, ich möchte eigentlich die nicht offensichtlichen Fälle nehmen. Deswegen wollte ich eigentlich auch nicht und will es bis jetzt immer noch nicht The Doors nehmen mit ihrem charismatischen Frontsänger. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil alleine schon die Texte von ihm eigentlich so eindeutig sind oder eindeutig zweideutig sind sozusagen, dass man sie anhand der Bibel alleine schon widerlegen kann und sagen kann, du, es ist halt einfach ganz simpel. Dafür braucht er jetzt hier nicht stundenlang die Lesungen zu verfolgen. Also begeben wir uns doch jetzt einmal auf richtig kompliziertes Terrain und überlegen uns jetzt mal, warum wir beide, der Jörg und der Michael, uns überhaupt um Kate Bush kümmern. Im Endeffekt ist es doch so, dass ihr ja schon wissen müsst eigentlich oder euch schon denken könnt, dass diese Protagonistin natürlich auch einiges sozusagen auf dem Kerbholz hat, beziehungsweise bei der kann man eher sagen, da ist einiges im Busch. Und so wie es dann halt bei dem Freddie Mercury Zoroastrismus war, zumindest nach außen hin und so wie es bei Earth, Winter and Fire dann ägyptische Mythologie ist, nach außen hin und so wie es dann eben bei Alan Parsons Luciferianismus ist, nach außen hin und so weiter und so fort, hat die Damen jetzt eine ganz andere Richtung. Aber im Endeffekt sind wir natürlich, drehen wir uns im Kreis und der Ausgang dieser Geschichte dürfte euch ja jetzt am Anfang auch schon wieder klar sein. Aber spannend ist ja wahrscheinlich der Weg dahin, ne Jörg? Ja, schade, ich hatte jetzt meinen Film nicht vorbereitet, wo du sagtest, da ist etwas im Busch. Da muss ich das doch mal eben einspielen, wenn der Computer langsam wach wird hier und sich dreht und dreht. Bitteschön, da kommt es. Irgendwie komme ich mir hier vor wie auf dem Rubbel und ich habe irgendwas gewonnen, aber ich weiß nicht was. Ich lasse das mal stehen für den Fall, dass wir es noch brauchen. Also das war ja nun wirklich sehr passend mit dem, was du gerade gesagt hast, mit bei der ist was im Busch. Ja, aber es ist kein brennender Dornbusch. Nee, nee, ganz sicher nicht. Aber es wird schon sicherlich interessant werden, ja. Richtig, deswegen habe ich auch direkt hier ein europäisches Gefahrensymbol oder ein, ja, ein Achtung, 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 Gefahrsymbol mal hier gepostet aus dem ganz einfachen Grunde. Das, was jetzt kommt, ist nicht mehr so harmlos nach außen hin wie Earth, Wind & Fire und Morris White. Nein, da geht es jetzt wirklich so richtig in die ätzende Richtung rein und deswegen habe ich mir dieses Symbol hier gemacht. Also alles, was jetzt kommt, ist nicht mehr unbedingt für die Leute, die kurz danach einschlafen wollen oder für die Menschen, die halt einfach mal so unterwegs sind und mal so ein bisschen, ja, ein bisschen mal zuhören möchten, sondern da kommen jetzt wirklich Themen bei der Dame auf den Tisch, die es in sich haben und deswegen seid gewarnt. Gut, nach diesem Hinweis, dass es eben heute nicht oder die nächsten Sendungen mit Kate Busch eben nicht mehr ganz so ulkig wird, gehen wir doch einfach mal in die Vollen. Herzlich willkommen auf unserer Plattform Kate Busch. Da ist sie. Kate Busch, die Sängerin und Comptour des United Kingdom. Jetzt werden viele fragen, hä, Comptour? Was ist das? Ja, erkläre ich gleich. Und unten drunter steht hier direkt ein Zitat, wovon ich keine Quelle habe, außer dieses fancy Quote-Zitat. Und hier steht, dass Kate Busch gesagt haben soll, man sagt, dass der Teufel ein charmanter Mensch ist oder ein charmanter Mann ist. Und genau wie du würde ich wetten, dass er tanzen kann. Okay. Wir können dieses Zitat jetzt erstmal nicht belegen. Also ich habe es zumindest jetzt noch nicht belegen können. Es ist mir aber auch egal, weil erzählen kann man viel. Wir gucken doch einfach mal erstmal hinter die Kulisse. Aber interessant, dass man schon mal so eine Zitate findet. Also, naja, dieses Thema scheint der Dame ja wohl nicht ganz leicht von der Hand zu gehen. Wenn man alleine schon oben beim ersten Bild so sieht, wie die Dame sich da quasi anhimmeln lässt. Ja, also diese Pose lässt sich ja so auch so ein bisschen auf, naja, sagen wir mal, Jesus Christ, Superstar irgendwie so ein bisschen hinleiten, hindeuten. Und dann hat die Dame irgendetwas zwischen den Augen. Vielleicht hat sie auch ein drittes. Man weiß es nicht. Die Dinger wachsen ja angeblich im Laufe der Zeit irgendwo her. Und die lässt sich also auf jeden Fall auf der Bühne richtig feiern. Die Pose kennen wir ja auch von Freddie Mercury, ja? Mhm. Ja, und da siehst du mal, also die Leute sind da so gnädig. Und da hätte man ja eigentlich schon wieder die Statue von Jesus aus Rio nehmen können, ne? Ja. Die Rio de Janeiro, ne? Ja. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil, wie gesagt, die Dame ist so ergiebig. Ich weiß gar nicht, wo ich nach überall gucken soll. Egal, wo ich was gucke, es fällt mir so entgegen. Ich habe gar nicht so große Hände genug, um das alles aufzufangen. Das ist echt völlig irre bei der. Gut, dann gucken wir uns die Geschichte mal an. Und wer ist denn Kate Bush? Kate Bush ist CBE. Das ist jetzt nicht ansteckend, sondern das ist letzten Endes ein Rang, ein Commander of the British Empire. Zu deutsch ein Kontur. Was ist das denn jetzt schon wieder? Na, die Dame ist angeblich so gut oder so wichtig für das britische Empire, also für das United Kingdom, für das englische Königreich, dass ihr ein Ritterorden verliehen wurde. Mhm. So. Und das ist eben aufgrund dessen, dass sie im Bereich Kunst und Wissenschaft herausragendes geleistet hat, drücken wir es mal so aus. Ja. Und es gibt da eine militärische, eine zivile Abteilung. Aber wenn man halt sich mal so Lebensläufe anschaut von bekannten Persönlichkeiten, worunter Kim, Kim Bush, ja. Nicht Kim Weiz, sondern Kate Bush, sorry. Da auch drunter fällt. Dann kann man sagen, okay, man sollte immer schauen, wenn jemand jetzt einen Orden bekommen hat, dann ist es für die weltliche Ordnung hier eine Auszeichnung. Für uns Christen ist es dann mit extremster Vorsicht zu genießen. Das bedeutet doch eigentlich, dass man hier in der weltlichen Welt, wo Satan die Zügel in der Hand hält, nach Lukas 6, 4, dem eben alle Königreiche dieser Welt gehören, eben besonders gut funktioniert. Lukas 4, 6. Habe ich ja gesagt. 6, 4. Lukas 4, 6. Muss man was trinken, glaube ich, ja. Und deswegen müssen wir einfach mal schauen, Dankeschön, dass wir da halt jetzt diese Persönlichkeiten, die eben besondere Auszeichnungen bekommen haben, die sind mir immer besonders suspekt. Eben genau aus diesem Grunde, weil sie eben in dieser weltlichen Hierarchie hier besonders gut funktionieren. Aha. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir fangen doch einfach mal an mit der ersten Auskunft, die uns Wikipedia da gibt. Die sagt nämlich, Kate Bush sagt nämlich nicht erst mal, wann sie geboren ist oder ob die Nase echt ist oder wie auch immer, sondern die sagen, okay, Kate Bush, CBE. Also gehört dann schon quasi zu ihrem Namen dazu. Was ist denn bitteschön CBE? Na, also diese Orden, die er verliehen bekommt von der Königin, also von der Queen, also nicht von der Gruppe Queen, sondern von der tatsächlichen Königin von England und dem Commonwealth. Commonwealth heißt gemeinsamer Besitz. Ist ja auch mal interessant im Sinne der papst-päpslichen Enzyklien mal um zu überlegen, warum dieses Commonwealth auch Commonwealth heißt. Wenn man das mal in Deutsch übersetzt, ist es dann eben nichts mehr mit Privateigentum. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Allegorie, finde ich. Gut, also dieser Orden, den man da verliehen bekommt, der hängt dann an einer Schleife und sieht dann eben dann so aus, wie die Dame auf dem Bild dann halt trägt. Also dann so ein schönes Kreuz und so ein Gedöns dann halt mit Sternchen. Alles ganz toll. Und man ist dann halt auch dementsprechend in einer entsprechenden Rangordnung, wie man dann sieht. Man ist so dann in der Mitte gelandet. Man ist eben nicht mehr nur Member oder man ist eben nicht nur Officer. Man ist dann schon Commander. Und Commander kommt eben von Command oder Commandment. Man kann dann also schon irgendwelche Befehle geben anscheinend. Also man hat dann schon Leute unter sich, wie man halt sieht in der Hierarchie. Man ist eben keine, kein Knight Grand Cross oder kein Knight Commander. Man ist dann immerhin schon Commander. Man ist dann also schon, man ist schon wer, sagt man hier im Deutschen. Also du bist dann halt nicht schon mal schon 0815 oder Max Mustermann oder Leonie Milchmädchen, sondern du bist dann halt einfach schon wer. Und deswegen ist die dann eben Comptour. So nennt sich das in Deutsch, interessanterweise. Also da gibt es eben auch im Deutschen eine entsprechende Entsprechung zu und die heißt dann eben Comptour. Da gibt es auch ein Lied von einem bekannten Frankfurter DJ fällt mir gerade ein. Aber das ist jetzt was anderes. Also Comptour ist eben dann so wie Englisch Commander. Und bei Commander, aha, da fiel mir noch einiges anderes ein. Also da gibt es eben beispielsweise eine Reminiscenz an die Fremdenlegion. Das ist dann mal eingeführt worden. So diese ganze Ordnung, Ritter, Offizier, Comptour ist dann mal eingeführt worden. Angeblich von 1802 in Frankreich von Napoleon Bonaparte zur Stiftung der Ehrenlegion. Ich bezweifle, dass es dann genau das gewesen ist. Ich denke, dass es halt diese Geschichten schon viel früher gab und dass diese Geschichten eben vor allen Dingen nicht nur aus dem Militärischen kommen, sondern eben aus, naja, aus Logen kommen, wo eigentlich die ganze Hierarchie immer herkommt, wenn man halt sich mal anschaut, wie lange eigentlich schon viele Leute im Verborgenen arbeiten. Das ist garantiert nicht nur seit 1802 so, wo Napoleon Bonaparte das mal für die Ehrenlegion eingeführt hat. Das geht schon sicherlich ganz viel, viel früher zurück. Gut. Gehen wir weiter im Text sozusagen? Kurze Frage mal. Ehrenlegion oder Fremdenlegion? Naja, wenn du eine Seite weiterscrollst, dann siehst du es. Ja, wollte ich ja nicht. Darf ich ja noch nicht. Ach so, doch, doch, doch. Darfst du jetzt, ja. Also hier steht Ehrenlegion. Gut. Ja, weil ich wahrscheinlich wie viele andere auch, wir kennen die Fremdenlegion und nicht die Ehrenlegion. Deswegen nur kurz die Frage. Ja, ja, also Fremdenlegion ist, denke ich mir, die militärische Abteilung, die eben dann bei den okkupierten Gebieten zum Einsatz kommt. Also in der Fremde sozusagen. Also könnte ich mir jetzt so landläufig vorstellen. Habe ich jetzt nicht gegoogelt. Aber da ich halt einen Bekannten habe, dessen Vater in der Fremdenlegion gewesen ist, und der ist eben Belgier und der war eben damals im Kongo beschäftigt im letzten Jahrhundert, kannst du dir ja denken. Ja, da haben sie ja einen Völkermord an mehr als acht Millionen Ureinwohnern im Kongo verrichtet unter Leopold. Ja, 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 ja. Also Leopold weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht nachgeforscht, aber wie gesagt, von ihm weiß ich das und ich habe den Mann noch persönlich kennengelernt. Leopold. Nein. Meine Güte. Also ich werde jetzt ganz vorsichtig sein, was ich sage, weil anscheinend bin ich ja heute Abend hier so ein bisschen in so einem Ping-Pong-Spiel mit dir. Okay, gut, dann gehen wir mal weiter. Also, ich wollte jetzt gar nicht auf CBI weiterrücken, aber es gibt eben auch eine zivile und eine militärische Abteilung von diesen Orden, was ja sehr interessant ist. Schau mal, schau mal, da gibt es ja gar keine, da gibt es ja nur nach außen eine Trennung zwischen zivil und militärisch. Da gibt es ja anscheinend dann doch schon so Dinge, die miteinander zu tun haben. Und warum hat denn überhaupt Kate Bush diese Auszeichnung bekommen? Ich meine, sie hat Platten verkauft und sie hat dann auch die englische Weltsprache weitergebracht. Aber aus welchem Grund hat sie denn überhaupt dieses Ding bekommen? Weil sie eine bekannte Sängerin ist, weil sie die Wissenschaft und die Kunst gefördert hat, nach offizieller Deutung. Dann gucken wir uns dann mal die Kunst und die Wissenschaft dieser Dame doch bitte schön mal an. Gehen wir doch mal einen Schritt weiter und sagen dann, okay, was gibt es denn hier noch? Guck mal, da gibt es so interessante Kreuze. Zivile Abteilung und da gibt es dann auch, oh stopp, was ist das? Was ist das? Das ist ein Bruststern? Aha. Da konnte ich ja nicht umhin, mir mal rechts beispielsweise wieder ein euch bekanntes Symbol zu posten, ob das in irgendeiner Art und Weise doch vielleicht eine Ähnlichkeit hat mit diesen Sonnenstrahlen da, mit diesen Sunrays der Jesuiten. Naja, also deswegen ist es auch eine Geschichte, wo man halt daran fühlen kann, aus welcher Ecke immer diese ganzen Orden und diese ganzen Sachen kommen, gerade aus dem Katholizismus. Wenn man da halt sieht, da bekommt jemand einen Orden verliehen und da gibt es eben dann auch gewisse Symbole, mit denen die Leute dann kommunizieren, sich untereinander zu erkennen geben, zu welcher Loge, zu welchem Verein sie halt gehören. Und diese Sache ist ja dann bitteschön auch ziemlich offensichtlich, woran es dann gehört. Man sieht halt ganz normal bei dem Kreuz, es ist also vornehmlich eine katholische geprägte oder eine römisch-katholisch geprägte Abteilung. Was interessant ist doch eigentlich, weil eigentlich sollten wir ja als Christen überhaupt keine Symbole haben und angeblich ist ja England protestantisch. Warum verleiht jetzt das englische Königreich solche Orden? Na, da könnte man ja auch fragen, warum in der City of London Corporation da überall Drachen stehen, in der sogenannten Square Mile. Tja, manche Dinge ändern sich eben nie. Obwohl nach außen hin halt immer erzählt wird von wegen, das wäre gar nicht so und das wären alles so Theorien. Ja, dann gehe ich durch die Stadt und gucke mir halt die Denkmäle an und gucke mir die Wahrzeichen an und gucke mir halt hier diese ganzen Plaketten und Wappen und ganzen Sachen an und dann komme ich immer wieder darauf hinaus, dass die Sachen sich gar nicht ändern. Das ist ja schon sehr seltsam. Also sie ist anscheinend auf Linie mit dem englischen Empire, sonst hätte sie ja halt eben diese Plakette oder halt diese Auszeichnung nicht bekommen. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, hier diese ganze Schreibweise der ganzen Jesuiten, stopp, 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 bitte, diese ganze Schreibweise der Jesuiten habe ich komplett durchgestrichen, weil das heißt eben nicht Jesus Hominum Salvator, Jesus der Retter der Menschen. Das ist alles Blödsinn. Also aufgrund dessen, es steht auch gar nicht so in der Bibel drin. Wir haben ja bitteschön hier die Bibel als Referenz und auch wenn der Bischof Walter Mixer, der ja auch dann ziemlich berühmt oder berüchtigt ist, dann als seinen Wahlspruch nannte, dann wissen wir ja auch schon in welcher Form oder in welcher Funktion und woher der Walter Mixer dann schon wieder hier seine Doktrin hat. Also dann sehen wir ja schon wieder seine Verwandtschaft zu den Jesuiten. Selbst wenn wir nicht wüssten, er wäre Jesuit, selbst dann wissen wir, wenn er diesen Wahlspruch verwendet, der Jesuiten, wissen wir dann auch schon wieder relativ gut Bescheid, woher er eben seine Überzeugung nimmt. Gut, so. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, warum die Jesuiten beispielsweise eben hier die ersten drei Buchstaben des Namens Jesu in griechischen Großbuchstaben nehmen sollen und das Sigma durch ein lateinisches S ersetzen. Also bitteschön, warum so kompliziert? Jesus hätte ja auch genügt oder Sohn Gottes hätte auch genügt. Aber nein, es muss so kompliziert sein, damit man irgendeine Ausrede hat oder irgendeine Erklärung hat und die meisten geben sich damit zufrieden. Und ich denke, die Stunde der Wahrheit, da wollen wir nur die Wahrheit wissen und eben nicht irgendwelche Ausreden oder irgendwelche Doktrinen. Das interessiert uns jetzt hier nur insofern, als dass wir einfach die Wahrheit wissen wollen und die Lügen deswegen auch hier nur benennen. So. So viel mal erst mal dazu, dass eben diese ganzen katholischen Orden, die man da verliehen bekommt, eben dafür verliehen bekommt, dass man auf Linie ist. Ja, man bekommt keinen Orden verliehen, wenn man jetzt plötzlich gegen das Establishment ist oder wenn man jetzt plötzlich komplett aus der Reihe tanzt oder wenn man denn absolut Individualist ist oder wie auch immer. Also normalerweise bekommen Christen eben keine Orden und sollten die auch nicht annehmen. Und warum ist das so? Na, gucken wir doch mal weiter. Da seht ihr jetzt beispielsweise so eine ganz tolle Urkunde, die man dann hat und wovon dann halt viele Menschen sich das an die Wand nageln und sagen, guck mal hier, I am so important. Ich bin dann so wichtig. Und ich habe auch solche Urkunden. Also jetzt nicht Sonne, ich bin nicht ernannt worden, aber man kriegt also auch, wenn man halt im Okkulten etwas macht, auch gerne mal eine Urkunde. Und die halte ich jetzt hier nicht rein. Aber wie gesagt, also das ist eine Sache, da ist man natürlich erst mal stolz drauf, weil man halt einfach irgendetwas geleistet hat. Die Frage ist jetzt, was hat sie denn geleistet? Dann gucken wir uns mal das nächste Bild doch mal an. So, das ist sie nicht. Nein, das ist auch kein Freund von ihr. Das ist halt einfach nur mal halt ein Beispiel, den ich aus Wikipedia jetzt hier genommen habe. Und das könnt ihr euch jetzt dann mal irgendwann in Ruhe durchlesen, wenn dieses Skript irgendwann mal fertig sein sollte, das noch ein paar Jahre dauern kann, glaube ich. Wo halt eben steht, das könnt ihr euch ja selber auf Wikipedia nachlesen, warum man als Ritter geschlagen wird. Ich meine, ist ja auch schon ziemlich ätzend, wenn ich mich dann von einer alten Frau schlagen lassen muss. Aber bei alten Frauen, glaube ich, schlägt man auch nicht zurück. Ja, gut. Dann muss man halt sich mal fragen, diese ganze Geschichte, die da ist, die halt auch dann in London gemacht wird, wo halt die Leute dann geschlagen werden, also zum Ritter geschlagen werden oder halt zur Dame geschlagen werden. Ritter ist ja dann auch irgendwo etwas Militärisches. Das ist ja eben nicht derjenige, der mit dem Wort streitet und dann sagt, ne, Leute, lasst euch sagen, etwas Großes hat sich zugetragen. Bitte streitet euch nicht, denn Jesus hat gesagt, liebet eure Feinde wie euch selber und du sollst nicht töten. Irgendwie sagen das Ritter nicht. Also die kennen die Bibel nicht so. Gut. Können wir gerne ein bisschen weiterscrollen. Es wird gleich wirklich interessant, hoffe ich dann zumindest. Es kommen dann auch ein paar Bildchen. Ja. Aber das sagen wir mal beispielsweise hier mal so eine typische Kapelle, Ordenskapelle und naja, also gut. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt weiter drauf eingehen. Darum geht es jetzt auch nicht. Interessant wird jetzt der nächste Punkt. Woher kennen wir denn überhaupt beispielsweise diesen Namen? Stopp, bitte. Danke. Diesen Namen Commander. Ja. Orden und Ehrenzeichen, britisches Empire. Aha. Und da fiel mir doch ein, doch ich kenne einen Commander, zumindest aus dem Fernsehen und beziehungsweise aus dem Film. Guck mal. Wikipedia Secret Intelligence Service. S.I.S. Da gibt es verschiedene, in England verschiedene Staaten oder, nee, wie sagt man das? Die Statuten ist auch, verschiedene Rangordnungen der Geheimdienste. Und die habe ich jetzt mal aus dem ganz einfachen Grunde mal hier eben aufgeführt. Und zwar stehen die bei Wikipedia unter Directorate of Military Intelligence United Kingdom. Genau, da stehen sie alle. Was im Endeffekt heißt folgendes. Es gibt verschiedene Abteilungen. Einmal der Inlandsgeheimdienst, der heißt beispielsweise MI5. Ein sehr bekannter Protagonist davon ist beispielsweise der, das Pseudonym, muss ich mal dazu sagen, George Orwell. Der hat nämlich tatsächlich beim Inlandsgeheimdienst gearbeitet und danach seine, in Anführungsstrichen, fantastischen Romane 1984 über die Überwachung und die Kontrolle der kompletten Gesellschaft und Neusprech und die Austausch der Wörter dann halt geschrieben. Und auch Animal Farm über die quasi die Hierarchie, die da immer irgendwo zu Pass kommt. Ja, Jörg? Eric Arthur Blair. Ich weiß, dass er Eric Arthur Blair heißt, ja? Ja, das wollte ich nur nebenbei noch erwähnen. Für die Leute, die es nicht wissen. Gut. Ja, okay. Ich sage, es ist wie ein Ping-Pong-Spiel hier, ne? So, und MI6 ist der Auslandsgeheimdienst beispielsweise. Und da kommt mir dann, also alle Dinge, die eben mit dem Ausland zu tun haben. Also das wäre jetzt im Französischen beispielsweise dann eben, ähm, im Französischen Geheimdienst heißt anders, aber beispielsweise da, wo die Fremdenlegion dann tätig wird, ne? Das ist dann halt so. Und MI5 und MI6 sind so die bekanntesten Geschichten, ne? Da gibt es auch beispielsweise eine alte Fernsehserie für die alten Hasen unter euch, die über 45 sind. Die kennen bestimmt noch die Profis. Das war, die waren beim MI5, die waren beim Inlandsgeheimdienst, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich habe hier einen ganz bekannten Vertreter von dem Auslandsgeheimdienst MI6. Den seht ihr auf dem nächsten Bild. Mein Name ist Diamantenfieber. James Diamantenfieber. Tja, ich musste ja irgendwie in der Sendung wieder die Diamanten unterbringen. Und naja, da habe ich mir gedacht, komm, guck mal hier, da nehmen wir noch einfach mal ein Bild von Sean Connery. Ja, ich weiß, es gibt noch George Schlesenby. Es gibt noch Roger Moore. Es gibt noch Timothy Dalton. Es gibt noch Pierce Brosnan. Und es gibt noch Daniel Craig. Und ich hoffe nicht, dass sich irgendjemanden vergessen hat. Ja, David Niven gab es auch mal kurz in Casino Royale. Damit habe ich jetzt alle James-Bond-Fans da draußen hoffentlich zufriedengestellt. Ich habe die alle im Kopf und ich kenne die meisten Filme. Und er hat eben die Lizenz zum Töten. Das ist eben der Auslandsgeheimdienst. Und er hat den, zumindest im Film, den Rang eines Commanders. Commander Bond, wenn ihr euch vielleicht daran erinnert. Also er wäre jetzt quasi fiktional das, was die Kate Bush ist. Er militärisch und sie eben dann zivil. Und diese Romane von James Bond, der Spion eben, der mich liebte oder also der Spion halt überhaupt, der für England in die Welt reist und alle möglichen Frauen beglückt und immer, immer überlebt irgendwo. Der ist eben geschrieben worden von Ian Fleming. Und Ian Fleming ist eben nicht irgendjemand. Ian Fleming ist eben auch wieder jemand, der in dieser, diesen Sphären dann quasi da zu Hause ist. Ja, weil er eben aus dem Marine-Geheimdienst oder Marine-Nachrichtendienst heißt es ja eben kommt. Das hat jetzt ja so ein bisschen Richtung, geht ja so ein bisschen in Richtung Georg wieder, der bei der Marine gewesen ist. Und der war eben Verbindungsoffizier beim US-Marine-Geheimdienst. Das heißt, die Leute, die diese Sachen machen, sowohl jetzt im zivilen Bereich durch den George Orwell, sprich Eric Arthur Blair, der 1984 geschrieben hat, als auch hier Ian Fleming, der James Bond kreiert hat, die arbeiteten beide in entsprechenden Positionen und hatten Insiderwissen. Das heißt, wenn da so gewisse Dinge da gemacht werden oder dargestellt werden oder geschrieben werden, dann kommt das eben nicht aus der Fehler von irgendeinem Fantasy-Roman-Autor, sondern es kommt aus der Fehler von Leuten, die eben Geheimnisträger waren. Das muss man auch mal so sehen. Also nicht alles das, was in 1984 da fiktiv irgendwo niedergeschrieben worden ist oder in Animal Form oder in anderen Romanen beispielsweise oder in James-Bond-Filmen auftaucht, ist rein fiktiv, sondern es kommt von Menschen eben, die aus dem Geheimdienst kommen. Das sollte man sich auch mal vergewegenwärtigen, finde ich. Deswegen wollte ich hier mal so ein bisschen etwas weiter ausholen wegen Commander. Also es ist alles nicht so harmlos, wie es nach außen hin scheint. Es ist der Moment, wo du Commander of the British Empire bist, CBE, da, dann bist du auch in entsprechenden Rängen drin, dann bist du auch mit den entsprechenden Menschen zusammen, dann hast du auch Insiderwissen. Wir hatten doch auch schon in früheren Sendungen gelernt, dass einige Musiker auch familiär militärische Hintergründe haben. Ja. Das sind eben alles irgendwie zusammen, ne? Ja, natürlich. Aber in dem Moment, wo du halt in einen gewissen Rang aufgenommen wirst, dir einen gewissen Rang verliehen wirst, dann öffnen sich natürlich auch gewisse Türen und du kriegst natürlich dann auch mit entsprechenden Menschen entsprechendes Feedback und entsprechende Information. Und da scheint Kate Bush nicht so ganz unbeleckt zu sein. Da kommen wir ja dann noch zu. Na, wenn man dann beispielsweise dann sehen, dass in Flemings Grab auch so eine Riesenstele hat zum Beispiel. Also, ja, ja, ne? Ist schon alles sehr, sehr merkwürdig auf dieser Welt. Gut, und deswegen, warum würden denn jetzt Christen, was würden jetzt Christen zu einem Orden sagen, wo man dann in der Rangfolge nach oben gespült wird, wenn man den annimmt? Wenn man dann zum Ritter oder zum Commander oder zum was weiß ich dann halt geschlagen wird? Und das tut nicht allzu weh. Aber was würden denn Christen dazu sagen? Also, ich weiß zumindest, was im Lukas Kapitel 14 steht, was Jesus gesagt hat zu der Position, zu unserer Position in dieser weltlichen Existenz. Er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis. Da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten und sprach zu ihnen, wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen bist, so setz dich nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein Vornehmer als du vor ihm eingeladen ist und nun der, der dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt, mache diesen Platz und du dann beschämt den letzten Platz einnehmen musst. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setz dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht, Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Er sagte aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Gastmahl machst, so lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein, so wirst du glückselig sein. Denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Vielen Dank, Jörg. Ist im Endeffekt dasselbe, ob ich mich jetzt selber erhöhe oder ob ich erhöht werde durch einen anderen Menschen. Ich bin dann in einer Position, wo ich erhöht bin und das ist eben dann, dann sind dann eben nicht mehr alle Brüder und Schwestern, sondern wir sind dann eben etwas Besseres in Anführungsstrichen. Und deswegen ist eigentlich der Zusatz von Sir oder Dame oder Knight und alles eigentlich völlig abzulehnen. Das ist eine weltliche Auszeichnung, die hat hier mit unserer Gemeinschaft nichts zu tun, aber auch wirklich überhaupt nichts. Das ist typisch weltliche Hierarchie, wo man dann sagt, guck mal hier, du bist jetzt höher gestiegen, du musst jetzt weiterkommen und du musst dich auf der Pyramide sozusagen höher aufarbeiten. Und wir sehen halt einfach schon, da ist schon eine große Diskrepanz. Die werden wir jetzt mal weiter aufdröseln. Jetzt kommen wir mal wirklich zu der Frau Bush. Also Kate Bush ist, weiß ich nicht, glaube ich, nicht verwandt mit George Herbert Walker Bush oder Prescott Bush oder George W. Bush oder wer auch immer. Welcher immer aus der Bush-Familie, weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht. Kommt mir gerade in den Kopf, könnt ihr ja gerne mal recherchieren, könnt mir ja gerne mal Bescheid geben. Wäre ja ganz witzig. Wahrscheinlich ist jeder mit jedem Verband, im Endeffekt ist es ja christlich so, dass wirklich jeder mit jedem Verband ist, aber die Frage ist ja halt nur, wie eng. Kate Bush ist geboren am 30.07.1958 in London, also in Kent, heute London, als Catherine Bush. Juhu, sie hat endlich mal keinen Künstlernamen, wird es aber dann doch nicht besser dadurch. Sie macht folgendes. Pianistin, Songwriterin, Musikproduzentin. Zu ihren bekanntesten Liedern gehören Mothering Heights, Babushka und Running Up Little. Ihr seht schon, es kommen wieder keine Pferde auf der Weide in ihren Texten vor. Es kommen wieder keine Babys vor. Es kommen keine älteren Leute, denen man über die Straße hilft, vor. Es kommt wieder nur irgendwelchen, ja, irgendwelcher weltliche Kram und so weiter und so fort. Und das wird jetzt hoffentlich spannend. Sie wurde als drittes Kind geboren und zwar bei ihrem Vater Arzt. Ihre Mutter war Krankenschwester. Sie hatte also schon anscheinend ein recht blütetes Elternhaus, kann man so sagen. Die waren also schon einigermaßen wohlhabend. Die Frau hat also keinen Hunger leiden können, hatte ungebe ich nicht diese bekannte schlechte Kindheit. Also diese Ausrede mit, ich hatte eine harte Kindheit bei ihr, glaube ich, dass die eben nicht zutrifft. Von daher kriegt sie jetzt eben ihr Fett weg. Die Familie war künstlerisch interessiert. Da muss man schon mal vorsichtig sein. Weil unter Kunst kann ich ja alles verstehen. Das geht ja in jede Richtung irgendwo. Und alles das, was eklig ist und alles das, was eben nicht normal oder gesund ist, kann man ja eben als Kunst deklarieren. Ihr kennt ja den bekannten Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Gibt es ja auch so Fettecke oder Fettflecke und all sowas. Es ist ja alles angeblich Kunst. Gut, da habe ich eben keine A dafür. Es tut mir leid. Kann ich nicht mit dienen. Ihr Bruder John schrieb und veröffentlichte Gedichte. Die aus der irischen Grafschaft Waterford stammende Mutter beleisterte sie für irische Folklore und irische Musik. Der Vater spielte viel Klavier. Die Familie veranstaltete regelmäßige Hausmusikabende auf der Farm, in die Catherine, also Kate, schon früh eingebunden wurden. Soweit, so interessant. Dann hat sie die Grundschule besucht und danach die katholische Klosterschule. Das haben interessanterweise doch ganz, ganz viele besucht, die dann später völlig aus der Art geschlagen sind. Und ich behaupte, dass Kate Bush ziemlich aus der Art geschlagen ist. Das Problem ist jetzt nur, dass mittlerweile immer mehr Menschen auf dieser Welt, darf ja nicht Planet sagen, stimmt ja nicht, also Stunde der Wahrheit sagt, auf dieser Welt mittlerweile immer mehr Leute völlig neben der Spur sind. Und die Spur mittlerweile so breit geworden ist, dass ich, derjenige, der die schmale Spur sucht, irgendwie nur belächelt wird, weil alle Leute meinen, mich zu überholen. Aber ich kann euch sagen, wir wachten mal ab am Ende. Dann gucken wir mal, wo die Spur hinführt, auf der ihr euch da begibt. Da möchte ich gerne ein paar Leute von dieser Spur eben runterholen. Das ist eben dann nicht ganz so lustig, wie das so aus dieser weltlichen Perspektive da beschrieben wird. Aber gut, jetzt ist es folgendermaßen interessant. Diese Dame ist ein sogenanntes, wenn man so will, Wunderkind. Da kommt der Mozart in uns da wieder hoch. Denn, und jetzt kommt es, 1970 begann sie eigene Gedichte zu schreiben. Schaut mal, da war sie zwölf. Und diese auch zu vertonen. Eines dieser Frühwerken ist die viele Jahre später veröffentlichte Single The Man with a Child in His Eyes. Da kommen wir dann gleich zu. Jetzt kommen wir schon zu der Karriere. Ihr Bruder machte Kate Bush 1973 mit David Gilmour, dem Gitarristen der Band Pink Floyd, bekannt. Da war sie 15. 15. Das ist das Alter, wo Kinder von Träumen Stahlschnitte an die Wand kleben, von Träumen endlich Mofa fahren zu dürfen. Da hat sie schon David Gilmour kennengelernt, einer der bekanntesten Musiker auf dieser ganzen Welt. Gilmour erkannte ihr Talent. Das habe ich extra dick gedruckt, weil Erkennen hat in der Bibel eine bestimmte Bedeutung. Ich hoffe, dass er nur ihr Talent erkannt hat. Das führe ich jetzt nicht weiter aus. Und förderte fortan ihre Laufbahn. Er nahm mit Kate Bush einige Demo-Tapes in den Studios mit dem Tontechniker Geoff Emmerich und dem Produzent und Arrangeur Andrew Powell auf. Und Andrew Powell solltet ihr kennen. Andrew Powell ist der Chor-Arrangeur von The Aaron Parsons Project. Das ist derjenige, der also da diese ganze Chorele auf den ersten Alben da zusammen gemixt hat und dirigiert hat. Der Mann ist also ganz, ganz oben. Der kennt sich also wirklich mit allen möglichen Leuten und allen möglichen Sachen da aus. Andrew Powell ist eine richtige Hausnummer, auch wenn ihr den nicht kennt. Der steht auf den ganzen, glaube ich, auf den ersten zwei Alben mindestens. Von Aaron Parsons müsste er auch aufgeführt sein. So, 1976, 1975 gab es halt schon die Demo-Bänder. 1976 hat sie schon einen Plattenvertrag bekommen. Denn wenn David Gilmer sagt, ey, die Kleine ist supi, die musst du nehmen, dann wird die auch genommen. Dann ist sie weggezogen nach London. Da war sie halt eben gerade 18, 1976. Und dann hat sie halt einfach da schon eine Performance-Flowers des britischen Tänzers Lindsay Camp besucht. Und jetzt wird es sehr bunt. Und nahm ein halbes Jahr Tanzunterricht bei ihm. Also wenn ich ein halbes Jahr Tanzunterricht bei jemandem nehme, dann habe ich dann doch schon ernste Ambitionen, würde ich mal sagen. Also, ich meine, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich zwei Dinge Füße habe, sondern ein halbes Jahr Tanzunterricht bei einer bekannten Tanzgröße Lindsay Camp. Der sagt euch jetzt nicht viel, aber wenn gleich Fotos kommen, werdet ihr sagen, aha, hm, doch, vielleicht schon mal gesehen. Ja, und jetzt kommt die erste Geschichte, die euch da so richtig, uah, das ist Lindsay Camp. Und jetzt sagt nicht, ich hätte euch vergessen, die Leute, die immer erzählen von wegen Gender-Agenda, ihr macht nichts für Gender-Agenda, ihr müsst mehr zu Gender-Agenda machen. Was ist denn das? Wir reden hier von jemandem, der 1969 so fotografiert wurde. Das ist 50 Jahre her. Nicht fünf, 50 Jahre her. So, also, dieser Lindsay Keith Camp, also ihr Tanzlehrer von Kate Bush, ja, der hat eben provokant erotische, transgressive Inszenierungen vereint und so weiter und Einflüsse auf den japanischen Theater, was ja interessant ist, weil der erste Titel von Kate Bush, der ist auch in japanischen Schriftzeichen beispielsweise entschieden. Und er hat mit David Bowie zusammengearbeitet, mit dem er zeitweise auch liiert war, hallo, hallo David, na, also, weit vor, weit vor Mick Jagger, ja, haben die beiden miteinander eine Beziehung gehabt, ja, mal ganz, ganz salopp gesprochen, ne, so. Und Kate Bush hat er eben dann auch in den 70er-Jahren da auch unterrichtet, ne, und über ihn gibt es so einige interessante Geschichten, man guckt euch den Mann an mit seinem Smoking, was natürlich dann doppeldeutig ist, einmal der Anzug und einmal die Zigarette, also einmal ein Substantiv und einmal halt ein Verb. Da hat sie ja beispielsweise in der Royal Air Force, also in der königlichen Luftwaffe beispielsweise, als Sanitäter gearbeitet, ist da eingezogen worden und ist dann als untauglich entlassen worden, nachdem er geschminkt und Sandalentragen zum Appell erschienen war. Smoking hat auch eine sexuelle Bedeutung, ne? Felatio. Wo du dich wieder alles auskennst. Ja, das allgemeine Wissen nenne ich das. Okay, okay, gut. Do you smoke? Aha. Ist im englischen Slang mehr oder weniger die Frage, ne? Mhm. Praktizierst du Felatio? Ha. Und ich dachte, es wird eine saubere Sendung heute. Ja, ist es ja auch, ich drücke mich ja ordentlich aus und es geht hier um den Smoking, den er trägt und die rauchende Zigarre und es geht doch um Symbolismus, oder nicht? Mhm. Dann darf man das doch kurz erwähnen, damit mache ich ja die Sendung immer noch jubisch. Nein, du hast völlig recht und auch der rote Lippenstift zeugt ja immer von einer guten Durchblutung beim Sexualverkehr. Nein, du hast völlig recht. Es ist alles supi. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Und ihr seht ja schon, wie eisern dieser Mensch gewesen ist sozusagen und wie ernst es ihm gewesen ist. Der hat ja selbst in der Royal Air Force da eben nicht von seiner Leidenschaft lassen können und hat dann eben Leiden geschaffen sozusagen. Und ist dann halt entlassen worden und wahrscheinlich, vielleicht war es auch extra provokant von ihm, damit er halt ja nicht weiter seinen Dienst tun muss. Man weiß es nicht. Aber die Bibel hat eigentlich ganz eindeutige Worte für ein Verhalten, in dem ich dann halt geschminkt und mit Lippenstift und so weiter als Mann da nicht zeige. Jetzt ist der Jörg dran. Achso, da muss ich ja runterscrollen. Eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Ja, und der Mann hat jetzt auch noch keine Frauensachen an. Noch nicht. Noch nicht. Aber dieser Mann ist auf jeden Fall eben nicht straight, er hat eben keine straight-Sex-Ausrichtung. Der Mann ist eben für vieles offen. Ja. Und deswegen also... Das Gegensatz von straight ist queer. Queer, ja, genau. Ach, diese ganze neu-moderne Kram ist irgendwie nichts für über 50-Jährige. Ja. Gut, und dieser Mensch hat eben dann ein Verhältnis gehabt mit David Bowie. Und David Bowie ging Kenten auch aus der Sendung mit Amanda Lea, ne? Guckt mal dieses Bild, das kennt ihr doch noch, glaube ich. Ja. Ja. Und der hat ihn also 1966 kennengelernt, hat eben dieser Kenten Herrn David Bowie kennengelernt. Und die beiden haben dann miteinander Zeit verbracht und gesmoked vielleicht auch. Man weiß es nicht, ne? Weiß nicht, wie stark der David Bowie-Raucher gewesen ist. Auf jeden Fall hat also David Bowie dann schon bald Tanzunterricht bei ihm genommen, woraus sich eine Liebesbeziehung entwickelte. Und deswegen sage ich immer, echte Männer tanzen nicht. Dann passiert euch sowas auch nicht. Im folgenden Jahr gingen Kenten und Bowie mit ihrer gemeinsamen Show Piro in Turquoise auf Tour. Die Beziehung endete jedoch abrupt, als Kent Bowie in flagrant hier mit der Kostümdesignerin des Stücks überraschte und daraufhin einen Suizidversuch unternahm. Also er muss ihn schon richtig geliebt haben. Ne? Ein Suizidversuch ist natürlich auch völlig unbiblisch. Dein Leben ist dir geschenkt worden. Und da gibt es eben dann schon, ist eigentlich eine große Sünde, weil drauf steht, du sollst eben nicht töten. Und damit schließt sich das natürlich auch den eigenen Leib oder die eigene Existenz mit ein. Das ist unser sechstes Gebot und das der Katholiken das fünfte Gebot. So, und da seht ihr jetzt das, was ich eben meinte mit Frauenkleidern. Ich meine also, bitteschön, da seht ihr die beiden. Rechts seht ihr David Bowie, links seht ihr den Herrn Kemp. Es sieht mir nicht aus nach Männerklamotten, was er da trägt. Nicht unbedingt. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ich kann es jetzt auf diesem Foto, weil es ja schwarz-weiß ist, schwer erkennen. Aber er läuft also dann tatsächlich sehr extrem seltsam rum. Und man darf nicht, man muss jetzt auch sagen, okay, welchen Einfluss hat jetzt Kate Bush daraus gewonnen? Also er als Mann bringt einer Dame, also dann einer Frau, diese Tanzschritte bei. Naja, gut. Wir müssen das jetzt erstmal jetzt so hinnehmen. Und es ist ja erstmal jetzt nichts Schlimmes daran. Interessanterweise ist jetzt folgendes. Haha, und jetzt kommst, jetzt kommst, jetzt kommst, jetzt kommst. 1973 spielte Kemp, dieser Kemp im Horrorfilm The Wicker Man an der Seite von Christopher Lee die Rolle des Pappbesitzers Elder McGregor. Wenn ihr euch noch daran erinnert an The Wicker Man, ist das eben diese Holzpuppe, die dazu, also aus dem keltischen Glauben, glaube ich, war das jetzt auf jeden Fall aus Großbritannien, die Ecke Großbritannien-Irland. Und wir haben ja schon festgestellt, ihre Mutter, die Mutter von Kate Bush, die stand ja sehr auf irische Folklore und solchen ganzen Geschichten. Und dieser Wicker Man, da ist also eine Opferung sozusagen, eine heidnische Opferung, wo dann ein Mensch als Brandopfer dargebracht wird. Der wird in dieser Holzpuppe, in diesem Holzmann eingesperrt und dann wird da dieses ganze Ding halt abgefackelt. Und inklusive mit dem menschlichen Opfer da drinnen. Da hatten wir ja schon einige Folgen, das mal so beleuchtet mit dem Wicker Man. Da gibt es ja sogar eine Achterbahn, die heißt so, und die Menschen wissen eben nicht, was es ist und welchen Hintergrund das eben hat. Und das ist eben schon interessant. Guck mal, der Mann hat also schon mannigfaltige Verbindungen beispielsweise. Und irgendwie drehen wir uns so ein bisschen im Kreis. Ich habe mir jetzt nicht Kate Bush ausgesucht, sondern man hat mir Kate Bush die ganze Zeit vorgeschlagen. Und deswegen habe ich gesagt, gut, okay, mache ich mal Kate Bush. Und jetzt haben wir schon wieder David Bowie da, wir haben jetzt schon wieder den Wicker Man da. Ja, und schon wieder dreht sich jetzt alles, dieses ganze Rad und es sind irgendwie immer so dieselben Dinge, die da jetzt aufploppen. Das ist schon interessant, finde ich, irgendwo. Ja. So, und deswegen ist es halt so, dass diese, aus dem keltischen, dieser Wicker Man halt diese Ordnung hat, eigentlich ein Menschenopfer darzubringen, wo ja auch in der Bibel beispielsweise steht, du sollst niemanden durch Feuer gehen lassen und so weiter und so fort. Und es gibt auch in der Bibel eben gar keinen Bezug, was immer uns vorgeworfen wird als bibeldäubige Christen. Ja, euer Gott fordert Menschenopfer. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Also das ist, es gab einmal eine Geschichte mit Abraham, wo er halt seinen Sohn auf dem Berg opfern sollte. Aber das war eben ein, ja, eine Prüfung für Abraham. Da ist eben kein Blut geflossen. Ja, und das wird eben ganz, ganz gerne versucht, gegen uns dann halt vorzubringen, was völlig hanebüchen ist, woran man eigentlich nur wieder daran erkennt, dass die Menschen die Bibel nicht gelesen haben. Ja, das ist, es ist immer halt meistens halt sehr, sehr oberflächlich da. Gut. So, also The Wicker Man ist also schon mal nicht die beste Visitenkarte, die man haben kann. Und dieser Mensch ist also auf jeden Fall dann bereit, in so einem Film mitzuspielen und kriegt da Geld für. Und das würden auch richtige Christen nicht machen. Die würden sich nicht für so einen, ja, für so einen Dreck sozusagen jetzt irgendwo hergeben. Da, also Schauspieler heißt ja letzten Endes auch, ich spiele eine Rolle und ich bin nicht der, der ich bin, sondern ich lege falsches Zeugnis über mich ab. Das wäre ja auch ein Verstoß gegen das neunte Gebot. Und deswegen muss man extremst vorsichtig sein bei allen Schauspielern. Aber bei Schauspielern ist es so, dass ich mich professionell über mich lügen muss. Ja, das ist meine Meinung dazu und da rücke ich auch nicht von ab. Kann jeder eine andere Meinung haben, habe ich auch kein Problem mit, aber es ist halt meine Meinung dazu. So, jetzt gehen wir mal weiter im Text. Jetzt haben wir noch so ein paar lustige Bilder oder unlustige Bilder und die sind eben nicht ganz geschmackvoll. Ja, wie sich die Leute eben dann da eben kleiden und so weiter und so fort. Und da seht ihr dann doch schon, das hat eben nichts damit zu tun, dass Menschen irgendwie so ein bisschen Kunst machen. Das ist schon arg, naja, seltsam. Und über dem Herrn Kempf wird gesagt vom London College of Communication, dass er die wichtigste zeitgenössische Persönlichkeit des modernen Tanzes wäre. Also dieser Mensch war nicht ganz uninteressant. Ja, und es wird über ihn geschrieben, er impfte der ernsten britischen Theaterwelt der 1960er und 70er eine gewaltige Dosis Kemp ein. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Durch vor Blut und Glitter nur so strotzende Inszenierungen voller pansexueller Orgien und nackter junger Männer. Ja, und Pan ist eben ein heidnischer Gott. Also das ist eben dann, da kommt die Panik übrigens her. Ja, hier in dem Kontext mit pansexuell beispielsweise, da ist eben gedacht, dass es eine sexuelle Orientierung ist, wo die Leute eben keine Prägung haben, also keine Auswahl treffen, sondern wo halt alles genommen wird. Im wahrsten Sinne, ja, ist auch wieder ein blödes Wort, aber mir fiel jetzt gerade nichts Besseres ein. So, aber Pan ist schon mal nie positiv. Nicht nur, weil da Panik herkommt, sondern weil es halt auch dann über diesen angeblichen, muss ich jetzt schon wieder sagen, muss ich mal vorsichtig sein bei Göttern, weil es gibt ja halt nur einen, ja, über diesen angeblichen Gott Pan aus der Mythologie ist, der aus dem Griechischen halt einfach da kommt und der Gott, der angebliche Gott, ach, vorsichtig, der angebliche Gott, der Hürten ist und ein Mischwesen ist eben. Also ein Widder oder so gepaart und halb Mensch, halb Tier und naja, ihr habt da dann schon wieder die Referenz zu Baphomet. Ist ja dann auch wieder irgendwo klar. Und da kommt eben die Geschichte mit der Panik her. Das ist eben, interessanterweise gibt es ja auch Leute, die Panikforscher sind, die kommen aber irgendwie nie auf den Punkt. Die meinen immer, die Menschen sind schuld. Ja, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Gut, jetzt gucken wir uns noch zum Schluss an bei dem Herrn Kemp, den ich ja sehr schillernd fand, wie er mir zugestehen müsste irgendwo, ja, welche Filme der gemacht hat. Und direkt beim ersten habe ich gedacht, nein, kann nicht sein. Ja, also Gruff der Vampire geht schon dann wieder los oder Savage Messiah. Also ihr habt schon eine Ahnung davon, mit welchen Leuten da Kate Bush zusammen gewesen ist, oder? Ich meine, sie kann ja noch nichts für den Geschmack ihres Tanzlehrers, aber sie war damals halt ein blutjunges Ding und so weiter und wird halt einfach durch solche Menschen wie David Gilmour und den Herrn Kemp hier dann natürlich auch in eine gewisse Richtung unterstützt. Denn sie wollte ja anscheinend oder augenscheinlich Karriere machen. Und dieser Film, Savage Messiah beispielsweise, ist ein autobiografischer Film oder ein biografischer Film 1972 vom französischen Bildhauer Henri Gaudier-Breshta und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Aber leider schon Messiah in dem Titel ist ja schon Blasphemie. Ja, und dann haben wir The Wicker Man und so weiter und so fort. Also die ersten drei, die ich jetzt hier sehe, sind also alle schon völlig unchristliche Titel. Und wenn man sich dann halt dann ausschaut, ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist es ein Flugzeug? Ich weiß es nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall Lindsay Camp und Flowers. Das sieht so aus. Also ich könnte auf dem Foto jetzt nicht erkennen, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau oder was weiß ich, oder eine Puppe ist oder so. Also ich will den Menschen nichts und ich wollte es halt einfach nur mal zeigen. Der passt, glaube ich, ganz gut in so eine Gender-Agenda rein, oder Jörg? Das tut er sicher, ja. Ja. Ja, vor allen Dingen, weil wir ja auch gerade hier, ich hatte ja das Internet aufgemacht, zu dem Link mit der Pansexualität. Interessant, hier unten drunter bei den Einzelnachweisen steht da mit bei von Ronald E. Tarver, Transgender Mental Health, ja, also Transgender-Mentale Gesundheit. The Intersection of Race, Sexual Orientation and Gender Identity, ja, und dann, und das sind Bücher aus dem Beginn dieses Jahrtausends, ne, 2002, ne, und dann Review of Psychiatry, Mental Health Issues in Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Communities. Das ist eine Sache, das wird euch immer nie erzählt, wenn es um die Gender-Agenda geht und wenn darüber steht, oh, wir müssen ja so, zwischen Anführungszeichen, tolerant sein, wir müssen das alles akzeptieren. Dass es also hier eine Beschauung gibt der Psychiatrie über die mentalen Gesundheitsfakten in einer lesbischen, schwulen, bisexuellen und Transgender-Gemeinschaft. Ja, da werden ganze Bücher drüber geschrieben und da erzählt euch niemand was drüber. Da ist immer so, es ist alles frei sein, es ist alles gut, es ist alles schön, äh, Ringelpiez mit anfassen, wie wir früher gesagt haben, ja. Aber da gibt es wirkliche psychologische, psychische Hintergründe drüber, über die Bücher geschrieben werden und das fand ich ganz wichtig, dass wir das hier mal kurz dabei erwähnen, bei dieser Pansexualität, Omnisexualität, ja, wo also jeder mit jedem um alles da irgendwas macht, was in der Bibel geschrieben steht, ähm, The marriage bed is undefiled, ja, in der Bibel steht also ganz deutlich geschrieben, mehr oder weniger, man muss es natürlich richtig verstehen, das, was Mann und Frau, so wie Gott sie geschaffen hat, im Ehebett machen, das hat keinen zu interessieren. So einfach ist es, das bedeutet das. Und da geht es um Mann und Frau. Und hier geht es immer, immer um Sachen, wo alles Mögliche mit allem Möglichen irgendwas macht. Ich gehe jetzt noch gar nicht mal nach Dänemark. Ich gehe jetzt noch gar nicht mal nach Dänemark. Das ist ja absoluter Horror, was da passiert. Beispielworte, Zoologie und solche Dinge, ja. Aber da sind wir mit solchen Leuten wie dem Linse-Camp, alleine wenn man sich schon darstellt, ja, als Schauspieler, Darsteller, auf solch eine Art und Weise, dass, wie Michael sagt, man gar nicht mehr erkennen kann, ist das jetzt Mann oder Frau oder was ist das eigentlich, was soll das eigentlich darstellen? Nein, aber man sieht hauptsächlich die Farben. Schwarz für die Lüge, Rot für die Sünde, die da rausstecken. Ja, mir gehen langsam die Kommentare über solche Sachen aus. Ich meine, das ist doch, das springt einem, wie gesagt, mit einem nackten Arsch ins Gesicht. Man muss es doch erkennen, oder nicht? Ich denke auch hier bei Kate Bush, da ist jetzt wirklich für jeden was dabei. Also das ist wirklich unbenommen. Vor allen Dingen Pansexualität, die Leute, die meisten Menschen wissen ja gar nicht, dass Pan eben nicht nur der angebliche Gott der Hürden gewesen ist, sondern der ewig geile, ja, der ewig sexuell aktive Gott, vor dem sich die Menschen gefürchtet haben, weil der immer Frischfleisch sozusagen haben wollte. Also der Begriff Pansexualität ist extrem. Der heißt im Endeffekt, wenn man das jetzt aus der griechischen Mythologie nimmt, heißt das ja jemand, der ist immer drauf oder drunter. Also auf jeden Fall ist der immer aktiv und braucht immer Nachschub und immer muss immer ins Bett und immer Sex und so weiter und so fort. Das ist eine Sucht. Und Pansexualität, wenn ich das so aus dem Originalen definiere, ist das eine Sucht. Das ist nicht nur eine sexuelle Orientierung, so wie es hier bei Wikipedia steht, sondern wenn es vom Gott Pan kommt, wo soll es denn sonst her kommen, bitteschön? Ja, Sexsucht ist ja was Bekanntes. Ja, du hast ja automatisch dabei beim, guck mal, wir reden jetzt schon wieder über die 60er und 70er Jahre, da hast du eben diese Swinging Sixties in London dabei, wo eben Amanda Lier damals mit Drogen, da hast du Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja. Und Sex kann genauso eine Sucht sein wie Drogen. Und Sex kann eine Droge sein. Oh ja. Es gibt ganz viele Menschen, die kommen da nicht von weg und die gehen halt, die lassen ihr ganzes Geld dann, die einen lassen ihr Geld in der Spielhalle, die anderen lassen ihr Geld dann irgendwo auf den Rennplatz, die nächsten lassen ihr Geld dann irgendwo bei irgendwelchen Frauen. Und das gibt ganz viele Menschen, die halt total süchtig nach Sex sind. Und deswegen ist Pansexualität schon so ein Wort, was völlig unterschätzt wird, glaube ich. Wenn du das nächste Bild mal anschaust, wird auch nicht besser. Ich habe dich gewarnt. Und es sind zum Glück jetzt nur Bilder. Aber was ist das? Also das ist wirklich alles mit allem irgendwo. Ich muss das ja nicht schön finden, darum geht es ja nicht. Es geht dann einfach nur darum, wenn ich mir die Symbolik angucke, hat das eben nichts mehr mit Liebe zu tun. Ja, das ist meines Erachtens die Verarschung von die zwei werden ein Fleisch. Ja und vor allem, du kannst es eben nicht mehr definieren. Der eine mit den langen Hasenohren und der andere mit der Dauerwelle oder was? Also keine Ahnung, also das ist alles in allem. Wir sind da schon wieder, wir sind wirklich wieder im Okkulten gelandet. Das ist einfach so. Du bist wieder alles für alle und du bist halt eben wieder im Baphomet-Zirkel gelandet. Was beim nächsten Bild wunderbar herauskommt. Ich meine, wie offensichtlich soll ich es noch machen? Rot-Schwarz oder Tod, Teufel, wie offensichtlich soll ich es noch machen? Mit welchen Menschen umgibt sich da Kate Bush? Mit jemandem wie David Gilmour beispielsweise, der ganzes Lied Lucifer widmet. diesem Epos, was er da gemacht hat, Rattle that Log, wo es eigentlich über Paradise Lost geht. Wo es eben um diese angebliche Geschichte geht, die sich ganz anders zugetragen hätte von Lucifer. Über eben ein Roman, eben nicht um die Bibel geht, sondern um ein Buch geht, was von Menschen geschrieben worden ist. Was ja ein Riesenunterschied ist. Die Menschen haben zwar die biblische Geschichte aufgeschrieben, aber sie haben sie nicht geschrieben. Sie haben die Geschichte geschrieben, hat Gott. Gott hat Jesus geschickt. Die Menschen haben nicht Jesus bestellt, sondern Gott hat Jesus auf die Welt geschickt, um die Menschheit zu erlösen. Um dem Menschheit auch ein Zeichen zu geben und zu sagen, guck mal hier. Gott liebt euch Menschen so sehr, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn hingegeben hat. Die Leute raffen das nicht. Die Leute verstehen, dass die Leute glauben, dass es nicht nur, weil es 2000 Jahre her ist. Ja, entschuldige bitte, meine Geburt ist auch über 50 Jahre her. Die glaube ich, ich bin da. Und auch wenn ich irgendwann nicht mehr da bin. Ja, dann gibt es auch Leute, die von mir erzählen werden in 100 Jahren. Vielleicht auch sagen, ach, der Typ war so durchgeknallt. Der hat eine Sendung gemacht, sechs Stunden nur über Kate Bush gelabert. Und dann ist es weniger wahr in 100 Jahren und in 500 Jahren. Und es hat nichts mit mir zu tun. Ich vergleiche mich hierher gar nicht mit irgendjemandem. Aber es ist ja völlig hanebüchen zu sagen, ja, man weiß ja nicht, was da damals genau gewesen ist. Es gibt eigentlich kaum ein so durchleuchtetes und gut recherchiertes Buch wie die Bibel. Und da macht komischerweise kaum jemand in der ganzen Musik- und Schauspielerszene irgendwo ein ganz vernünftiges Video zu. Nein, es ist immer nur schockieren, abstoßen, andersartig sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und dann halt eben solche Sachen machen. Und das ist eben das, was Kate Bush in ihren ganzen Liedern kolportiert. Da geht es nie um, ach ja, alles schön hier und heute lege ich mich mal hin und erzähle euch mal, wie ich meinen Tag zugebracht habe. Und ich habe heute meine Katzen gestreichelt. Da geht es nie darum. Da geht es nur um solche, ja, extremen Themen, wie ihr jetzt hier in den Bildern seht. Und das werden wir jetzt auch in der nächsten Lesung, glaube ich, ganz gut beweisen. Aber ich glaube, wir haben noch fünf Minuten, dann können wir noch ein bisschen fortfahren. Also, ihre Tanzausbildung setzte sie dann bei dem Herrn Arlene Phillips fort. Und sie arbeitete halt an der Komposition von Liedern für ein Album. Ihre Bruder stellte eine Band zusammen. Und dann hat sie eben mit dem Andrew Powell dann zusammengearbeitet, wie gesagt, dem Orchesterarrangeur von The Alan Parsons Project. Und dann hat sie eben angefangen mit ihrem Debütalbum The Kick Inside. Und The Kick Inside, zu deutsch heißt das eigentlich der Tritt im Inneren. Also, irgendetwas tritt mich. Also, The Kick Inside beispielsweise, da gibt es verschiedene Allegorien für. Ja, wenn jemand mal Mutter geworden ist, dann gibt es von den werdenden Müttern eigentlich immer so Geschichten, dass sie sagen, oh, da hat mich das Kleine jetzt gerade wieder getreten, was bewegt sich da? Also, es könnte beispielsweise auch so eine Art von Geburt sein, The Kick Inside. Die Frage ist halt einfach nur, wovon. Also, es ist jetzt nur eine Allegorie. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das interpretieren kann. Und da gibt es halt einen Artikel aus der Zeitschrift Rolling Stone, also eine Musikzeitschrift. Und drauf steht, 40 Jahre Kate Bush, The Kick Inside, so jung, so reise. Mit dem Link dabei. Und die schreiben jetzt, wie aus Kate Bush eine der bedeutendsten Sängerinnen unserer Zeit wurde. Und da seht ihr jetzt direkt dieses Bild. Stopp! Ja, also, ich meine, wenn euch diese Symbolik da jetzt nicht die Augen aufreißt, dann weiß ich aber auch nicht. Es geht sich nicht um die Schrift oder den Titel. Es geht sich um die Symbolik bei der Dame jetzt da, die da abhängt. Ich habe von Weitem zuerst gedacht, das ist ein Boot oder sowas. Dann habe ich immer ein bisschen größeres gehört. Ich denke, oh, mein, oh, mein. Wenn man auf der linken Seite vielleicht noch sagt, naja, gut, also das könnte jetzt die Iris sein, also eine Vergrößerung des Auges sein zum Beispiel. Das könnte einiges sein. Ich meine, es könnte auch, ja, es könnte auch ein Zeiger sein, so Richtung Zodiak oder sowas. Aber einigen wir uns vielleicht mal auf Auge. Dann haben wir ein Auge in dem Bild. Da haben wir ja schon mal eine Aussage zu One Eye. Das ist ja schon mal halt eine Aussage eines heidnischen Gottes, der eben nur ein Auge hat. Zyklop, wir erinnern uns. Ja, und dann haben wir eben da die Frau Bush, die da, ja, im wahrsten Sinne des Wortes abhängt. Was sagt dieses Bild denn aus? Ich meine, was sieht man da? Ich meine, entschuldige, aber wie auffällig soll es denn noch sein? Ich meine, tausende Leute haben dieses Album und ich mache jetzt nur keinen Schmuh damit. Guckt euch das Bild an, was da drauf steht. Was steht denn da? Ihr seht eine Dame, die da an einem kreuzähnlichen Objekt hängt, die ein langes Gewand trägt. Ja, und auch im Hintergrund sehen wir dann irgendwie so eine skurrile Figur in rot und ist auch ganz groß und gewaltig, auch größer als die Kate Bush. Und der steht im Hintergrund da. Das ist kein Hund, glaube ich. Das ist auch, glaube ich, irgendwie kein Panther oder sowas. Das ist schon ein bisschen größer und hat dann irgendwie so ganz, ganz komischen, langen Schwanz und so. Also da bleiben jetzt nicht mehr so viele Tiere rüber und im Endeffekt, ihr wisst ja, ich mache jetzt einfach schon einen halben Spaß hier. Ich habe jetzt den Bibelfers nicht vorgebereitet, aber ich denke, wenn ich sage roter Drache, dann weiß der Jörg eigentlich schon, wo er suchen muss, oder Jörg? In Barung, Kapitel 12, Vers 9, nehme ich an. Ja. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Ja. Habe ich das nicht gut so schnell gewonnen? Wow, ja. Es gibt sogar, glaube ich, noch ein paar Verse vorher, 12, 3 oder 12, 5, da steht, glaube ich, noch der rote Drache drauf. Ich habe es jetzt nur im Kopf, ich habe es jetzt nicht gerade griffbereit. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe, ein großer, feuerroter Drache. Der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Kronen. Das ist 12, 3. Ja, so, und das ist das erste Album von ihr. Und das ist immer das, wo ich sage, schaut euch bitte das erste Album an. Das erste Album ist immer eine Referenz an denjenigen, der dahinter steht. Und im wahrsten Sinne des Wortes, dahinter steht, auf dem Bild her, da steht ein Drache dahinter. Ich weiß gar nicht, ob der Feuer spuckt, ich kann es nicht so genau erkennen, könnte auch sein, aber darum geht es gar nicht. Da steht auf jeden Fall ein rotes Tier dahinter, ein rot ist die Farbe der Sünde, sie hängt an einem Kreuz. Ja, meine Herren, was muss ich jetzt noch dazu sagen? Ich meine, seht euch dieses Bild an. Das ist eine verhohne Piepelung und sagt, guck mal hier, ich hänge da jetzt und ich lasse mich jetzt hier kreuzigen und ich opfere mich für euch und dahinter steckt eben der Drache. How hard can it be? Da brauche ich jetzt noch nicht mal einen Songtext für. Und die Songtexte kann ich euch sagen in der nächsten Sendung, die haben es dann richtig in sich. Aber richtig in sich. So, und damit habe ich doch eigentlich schon, damit weiß ich doch schon genau, mit welchen Menschen Kate Bush sich umgibt, mit welchen Leuten, die sie protegiert haben und welche Agenda sie macht. Das weiß ich jetzt schon mit dem ersten Bild. Und damit, glaube ich, haben wir eine gute Basis für die nächste Lesung. Gell? Ja. Ja. Was mich angeht, ja. Ich bin sprachlos. Und ich ende damit, mit dem ich begonnen habe. Lest eure Bibel. Genau. Genau. Das mache ich, das machst du und ich hoffe, das machen ganz viele da draußen. Denn je mehr das machen, ganz liebe, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Ausharren und fürs Mitfiebern und fürs Unterstützen und für alle möglichen Support, den ihr leistet. Und je mehr das machen, desto mehr sind in der Lage, solche Dinge aufzudecken und desto mehr profitieren nicht nur von diesen Lesungen hier, sondern profitieren auch nachher von eurem Wissen dadurch, durch die Dinge. Und deswegen sind wir hier eben in der Stunde der Wahrheit. Und das Buch eben heißt die Heilige Schrift, die Bibel. Und deswegen, weil sie von Gott ordiniert ist. Und deswegen messen wir alles, was wir machen, an der Bibel, wie ihr gerade gesehen habt. Und deswegen sage ich vielen Dank und bis demnächst. Lest eure Bibel. Maranate. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, Who seeth us and who knoweth us? So many think God does not see their sin. Woe to those who think they can hide from Him. God is grieving, He knows and He's seen. Isaiah 29, verse 15 Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, Who seeth us and who knoweth us. The eyes of the Lord are everywhere, beholding the evil and good. Walk in the light, don't try to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, And they say, Who seeth us and who knoweth us. And they say, Who is the evil and good. And they say, Who is the evil and good. And they say, Who is the evil and good. And they say, Who is the evil and good. And they say, Who is the evil and good. And they say, Who is the evil and good. And they say, Who is the evil and good. Vielen Dank.